Und was habe ich gesagt, dass es für mich ist, ich bin sehr beliebt, wie man merkt. Kisten, zerstört erstmal die Kiste hier vorne. Die ist viel wichtiger, oder ja nicht. Ja, rast aus, Donald, rast aus. Von da komme ich, muss ich hier runter. Hier rein. Ach, das Spielchen hier. Ich weiß nur, hier kann man was gewinnen. Also es kommen jetzt drei Blöcke. Und irgendeiner von denen enthält einen Schatz. Der Mittlere. Ja, der Mittlere, sag ich hier. Mega-Flair gelernt. Und das noch in der Zeit geschafft, habe ich noch nie bisher geschafft. Egal, gut, gut, gut. Also das lohnt sich auch. Ausrüstungskommando. Sanctus. Mega-Flair. Verursacht eine gigantische Explosion, die allen Gegner um dich umschadet. Ja, klar, klar. Warum nicht? Ach, das hier. Okay. Kommt mal her, meine Kinder der Nacht. Zerstört mal alles hier schön. Es wird gleich eine beschissene Stille kommen, die wird so lange dauern. Und wenn die da runter springen, kommen wir wieder am Eingang. Wollte nur kurz erwähnen. Für die Leute, die sich fragen, was passiert, wenn man da runterfällt? Hm. Und guckt euch schon mal den Weg an, den ich jetzt bestreiten muss. Ich berühre das hier einfach, dann geht es schneller. Meine Kameraden werden verletzt, aber naja, ich werde mich verletzt. Das ist das Mindeste. Ich schau so einen roten Block. Ich schau so einen roten Block. Ich schau so einen roten Block. Ich hab das rausgestellt, meine Mutter kann wieder mal rein. Na ja. Was soll man machen? Wappensieger. Jetzt haben wir alles. Bessens. Damit sollten wir alle überhaupt viel Siege zusammen haben. Auch für mich geht die Tür jetzt auf. Nichts wie hinter der Kalonier. Okay. Hier runter bitte. wir hatten hier bei den gegnern zu schnell pastal genau kann es durch diese tür ja und er hat etwas von einer marionette gefaselt schwer zu sagen was uns verbauten wir sollen auch der mut sein das geht auch viel kalor ja doch jetzt wie sie alle gegner das wird jetzt beschissen das jetzt ist männer beschissen ich muss jetzt um ein leben es werden jetzt sehr viele gegner hintereinander kommt ich muss versuchen zu überleben also um mein leben rennen das hat mich fast getroffen jetzt kommen die mentoren das ist harry potter heißen die tiefe die mentoren hier wort der war da sei ja also defender ich habe die mentoren hallo ich kenne mich mit der steuerung nicht aus deswegen habe ich hier probleme wie kann er sein rücken schützen und denke ich das ist schon vorbei es geht noch weiter so jetzt kommt noch weiter es gibt es auch die magie glaube ich geschafft donald guffi ich bin vor euch bei mir zu haben ja ich auch wie kommst du denn jetzt darauf so war ich weiß auch nicht so genau aber irgendwie habe ich das gefühl mit euch zusammen unschlappbar zu sein lacht mich bitte nicht aus aber es ist fast so als hätten wir sowas schon einmal gemacht das hast du den beweisen wir sind echte freunde hast auch etwas für sich immer wieder aufs neue freundschaft zu schließen zu können nicht aber genug geschwecken gequatscht jetzt wird es ernst ja lasst uns kann schnappen und riko hier raus holen bin dabei aber denkt nicht das ist vorbei es gibt noch mehr was hier wo willst du hinzuhören wir müssen Carlo so schnell ja er sieht auch irgendwie verdächtig aus wenn da eine tür ist also wenn ihr denkt es gibt keine risse in diesem spiel also Bugs habt ihr euch gehört hier gibt es auch welche zwei stück glaube ich oder drei ich jetzt mich richtig erinnere oh Defender nix Defender ich hoch mit ich kann euch schon sagen wo der Buck ist wenn ihr wissen wollt der Buck ist hier nur für die die sich dafür interessieren hat er mich gerade angegriffen hat er mich gerade angegriffen hallo scheiß rassisten ja hier geht es weiter gufie gufie let's gar ich habe das jetzt gemacht es geht nur zu viel zeit weg so so lange mal wieder raus komm beeil dich kracht den wixer mal schnell an so langsam das geht so ich habe dann alle kisten damit könnt ihr nach unten gehen aber ob wir das wirklich wollen ist eine andere frage es gibt keine kisten also da fisse ich mich was sind das für Röhren es muss einen Weg hinten hier vorbeigeben ja der Buck was habe ich gesagt okay ich weiß auch wo der ist zum Glück das müsst ihr so viel suchen so und hier ist der gut hier rast aus untersuchen ja und klar dass meine kompanne kommen eine abschlusskommando ausführen okay also abschlusskommando diese attacke da mit den beiden oder ich habe hier geschafft ich komme einmal durch an da ja warte 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 sowas gibt es hier dann o ich meine kiste oder auch können auf der anderen Seite wenn ich die Ausbildung geschafft habe, können mich die Herzen hier ganz echt am Arsch klicken es gibt drei Gegner hier okay wenn du unbedingt Schläge kassieren willst greift mal den, er hat euch mal als Angriffen, greift die alle an klingt die alle um, sehr gut was bist du denn? hast so ein Bug-Bot greifst du einen irgendwie erst ran sonnert? okay da haben wir alles erledigt sehr, 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 schön der Ausgang ist auf der anderen Seite ich suche auch jetzt nichts, ich habe keinen Bock auf irgendeinen komischen Wichser der mich angreift da ist der Ausgang hallo? ja, okay, ich dachte schon nächste Ebene, warte erstmal die Belohnung angucken Kommandorin okay, da habe ich gerade die zwei freigeschaltet, muss ich noch ein bisschen jetzt schmacken okay 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 wir haben noch die Gegner, ob das jetzt so schwer wäre los, kann meine Gegner ja boah die haben eure Maas angegriffen zweimal hallo, greift doch mal richtig an gute Jungs Tauern Sieh'n wir mal, ob ich das jetzt pack' die Veränder gekommen verdammt ihr elende Bastarde Da stört es sehr gut, die Kisten hier. Ich nehme mir so viel auf, wie es geht, weil... Was machst du denn hier? Nein, nein, nein. Oh, ich will dich ja ganz und gar nicht sehen. Verdammt, der Giftfungis muss gestalten. Ja, ich dachte... Okay, haben wir das auch? Gibt es hier welche? Das habe ich nicht von hier gestartet. Doch. Manchmal bin ich auch ein bisschen verwirrt. Tut mir leid. Okay. Jetzt gehen wir in die Mitte. Und mach die Zielstrahlattacke. So, 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 so. Nein! Das war doch meine Attacke, ne? Was guckst du so? Du hast sowieso gleich getötet. Naja, richtig, dass das ist, wenn es um Schatten durchgeht. Hallo? Hier waren doch Schatten durch, hier. Wo? Okay, noch eins. Ich hab' eine Herausforderung geschafft. Meine Kiste. Zerstört die mal. Ich will die Punkte haben. Und da auch. Ich hab' alles geholt. Gut so. So gehört sich doch zu meinem Let's Play. Alles zu holen. Wieso gibt es euch hier... Und... Hier gibt es noch drei Stück. Hier? Ah, ein Giftfungi. jetzt nur einer da wo ist eine das ist hier die frage das sind töten bisschen töten habe ich gesagt es sind dann muss ein bisschen die muss sein bisschen töten schadet nie das ist gut hallo und gegner doch 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 donald go go goofy Du, 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 du. Hat dann, wie kommen wir schon da hin? Wo soll er sein? Was macht er hier? Wo soll er verfickte... Wo ist er? Ich hab keinen Bock, euch eigentlich zu töten, aber naja, wenn ihr in mir in die Quere kommt... Hab ich... Ich hab doch jetzt... Wo soll er sein? Hier soll ein... Backfisch sein, aber wo? Wo bist du aufgetaucht? Wer hat dir gedacht, dass du hier bist? Super Trunk, aber naja... Ich hab so ein Gefühl, dass jetzt gleich irgendein Dummkopf kommt, der mich gleich angreifen will... Nein, das war falsch gedacht... Ja, und ich hab jetzt alles bekommen... Und noch viel mehr... Ja... Was, was kann das denn... Der fägige Gegner horden... Okay... So... Oder war es nur eine... Ein Bug hier... Ich weiß es gar nicht mehr so genau... So... 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 Wieso müsste immer Gegner kommen... Wann kapieren die... Wann kapieren die, dass man kann... Ja...